Peace Freunde, hier ist ein Lama und Leute, das ist so komisch. Ich hatte dieses Lama und das sind mit diesem Lama, ich hab das einfach bekommen. Es lag vor meiner Haustür. Ihr seht, hier nochmal ein Video eingeblendet. Ich hab gerade eben klopfen gehört und wollte einfach kurz gucken, was hier ist. Und da liegt hier einfach das hier. Hä? Was ist das? Hä? Ja, Leute, und dazu war auch noch ein Zettel von diesem Alpaka, der liegt da hinten, ich zeig ihn euch. Ja, Leute, hier liegt der, der ist ein bisschen zerknüllt und auch nicht so schön geschrieben. Hier steht auf jeden Fall, verbringe 5 Stunden, hier steht zwar eine 1, keine Ahnung, was die Person sich dabei gedacht hat, mit mir. Mit mir. Warte, wenn er mit mir steht, hat dann diese Puppe, ach egal. Ähm, dein und dann hier so zensierte Buchstaben, beziehungsweise Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben. Keine Ahnung, was das heißen soll, Leute. Helft mir bitte. Ähm, ja, Leute. Aber 5 Stunden müssen wir jetzt mit diesem Teil hier verbringen. Und Leute, damit das nicht so lang, damit wir wissen, wann wir aufhören dürfen, werde ich jetzt einfach mal einen Wecker stellen. So, hier ist mein Uhr. Und zwar werde ich den auf genau 5 Stunden stellen. So, die Puppe ist hier schon mal bereit. Na gut, Puppe, ich mach das, was du sagst. Hoffentlich lohnt es sich. Die 5 Stunden laufen ab, jetzt. So, das Handy lege ich jetzt erstmal da hin. Und dann gucke ich mal, wie lange es dauert. So, Puppe, jetzt weiß ich zwar nicht, was ich mit dir machen werde. Aber, Leute. Ich glaube, Leute, ich werde jetzt einfach mal einen einfach so ganz chilligen Film gucken. So ein paar YouTube-Videos gucken. Und ja, Leute. Gucken wir mal, was sich dann so tut. Und ja, ich hoffe, diese Puppe macht nicht allzu viel Stress. Bis gleich. Öffne YouTube. Moin, Leute. Ich habe mich jetzt für das Video entschieden. Real Madrid versus FC Barcelona, Las Vegas. Das Originalvideo ist von Vizca Barca. Ist ein geisteskrank guter YouTuber. Checkt den Kanal auf jeden Fall aus. Abonniert seinen Kanal. Und ja, dann gucke ich jetzt mal das Video. Let's go. www.vizca Barc.구.com Vielen Dank. Oh mein Gott. Leute, habt ihr das gesehen? Die Tür ist gerade eiskalt aufgegangen. Also wer von euch das nicht gesehen hat? Oh mein Gott. Lag das an der verdammten Puppe hier? Ich war gerade ganz chillig am Whiskabasa gucken. Da geht diese Tür auf. Diese Puppe, die ist verflucht. Die ist hundertprozentig verflucht. Ich sag's, wie es ist. Ich guck mal, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben noch... 4 Stunden 50 Minuten. Was? Oh mein Gott. Das ist ja ganz schlecht. Ja Leute, dann würde ich sagen, gucke ich noch das Video zu Ende. Und dann gucken wir mal weiter. Okay? Let's go. Und du Puppe, du gehst dahin. Ende aus. Verstanden? Ciao. Ich gucke jetzt erstmal weiter, Bro. So Leute, ich hab jetzt das Video zu Ende geguckt, Moin Meister. Und ja, hier werden noch zwei weitere vorgeschlagen. Werde ich aber nicht gucken. Denn es ist was richtig krass passiert. Warum es passiert ist, keine Ahnung Leute. Aber ich will mich so umdrehen. Ich seh das. Die Puppe liegt so. Die lag doch eben so, Leute. Oder? Hä? Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt, wie ich sie hingelegt hab. Und du Puppe, du gehst dahin. Ende aus. Okay Leute, ihr habt das jetzt gesehen. Das mit, äh, wie die lag. Und das hat sich bewegt. Es hat sich einfach bewegt. Ich sag's, wie es ist. Aber Leute, ich glaube, ähm, Ja, bevor ich jetzt, ähm, draußen ein bisschen was spielen gehe. Mit meinem tollen Lama. Yay. Bevor ich mit meinem Lama was spielen gehe, werde ich jetzt erstmal ein Video von mir gucken. Gerne den Kanal, den ich jetzt gucke. Gerne abonnieren. Let's go. So Leute, ich hab mich jetzt für das Video hier entschieden. Also Fußball-Challenge mit meinem Freund. Äh, ja. Das Video gerne mal auschecken. Das ist sehr cool. Hat leider nur 14 Aufrufe. Bitte lacht mich nicht aus. Aber ich bin halt noch nicht so erfolgreich. Damit ich ein bisschen erfolgreicher werde. Und, äh, falls euch meine Videos gefällt, lasst. Ähm, auf jeden Fall ein Like da. Weil, dass ich mir das hier antue, mit dieser Puppe da, äh, äh, hier rum zu machen. Also auf jeden Fall hier, ähm, ähm, fünf Stunden zu gehen. Auf jeden Fall gucke ich mir jetzt das Video an. Let's go. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte. Warte, Leute. Was macht das Ding hier? Ähm, lag das Ding nicht eben auf der anderen Seite? Oh mein Gott. Okay, ich leg das Ding jetzt einfach weg. Damit, ich leg das Ding jetzt einfach weg und guck dieses Video. Oh mein. So, du kommst da hin. Verstanden? Da hin. Sonst gibt's Krach zwischen uns beiden. So, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch, Leute? Hm, vier Stunden. Vier und halb Stunden. Ja, super. Freut mich. Du bist, du bist ein Teufel. Ich sag's, wie es ist. Haa. Egal, Leute. Ich guck jetzt einfach das Video. Let's go. So, Leute. Ich hab heute Videos zu Ende geschaut. Und ich weiß in letzter Zeit gar nicht mehr, was ich machen werde. Und, ja. War ja mal wieder klar. Das Ding hat sich wieder bewegt. Und, Leute. Ich sag euch. Ich bin da nicht gegengekommen. Ich sag's, wie es ist. Das Ding hat sich wieder bewegt. Ich bin da nicht gegengekommen. Ich verspreche es euch. Ich bin da nicht gegengekommen. Und es ist in letzter Zeit auch normal. Und ich würd sagen, ich vertreib mir jetzt einfach die Zeit, in dem ich rausgehe. Let's go. Let's go raus. Boah, es ist hell draußen, Leute. Dieses Ding. Das. Ich sag's euch, Leute. Ich werd das jetzt so hinlegen, dass es nicht runterfallen kann. Okay, Leute. Ich werd's jetzt so hinlegen. Sehr nice. Und jetzt würde ich sagen, spiel ich ein bisschen Fußball. Let's go. Hui. Schönen Ball wiederholen. Ihr wisst, wo es sei, Leute. Let's go. Hier ist er. Mal sehen, ob ich ein Skill kann. Let's go. So, Leute. Mal sehen, ob ich hochhalten kann. Mann. Oh, mein. Das war echt Lust von mir. Wo ich den holen? Let's go. Da ist er. Sieht jetzt gerade nicht so spektakulär aus, wie ich Fußball spiele. Aber, Leute. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und ich würd sagen, jetzt spiel ich noch ein bisschen. Und ja. Dann sehen wir uns gleich. Ciao. Leute, das ist doch nicht mehr normal. Das Ding ist weg. Das ist doch nicht normal, Leute. Wie kann das denn? Und wisst ihr, wo es liegt? Es liegt da. Junge. Das ist doch nicht mehr normal. Weg. Na ja, Leute. Ich muss das Ding gerade aufheben. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen gespielt. Keine Ahnung, wie lange ich gespielt habe. Vielleicht so 10 Minuten. So lange habe ich jetzt auch nicht gespielt. Aber ja, Leute. Ich würde jetzt sagen, wir gucken erst mal, wie, ähm, ja. Wie lange wir noch haben, bis wir, äh, ja. Ja, ähm, bis wir das Ding eigentlich wegschmeißen können. Okay, Leute. Wir haben noch genau vier Stunden, fünf Minuten. Puh, Leute, Leute von heute. Wie soll ich ein Bild schaffen? Naja, Leute. Ah. Ich werde mir jetzt erst mal die Zeit vertreiben mit diesem Ding. Indem ich einfach mal ein bisschen, äh, ja, Switch. Nintendo Switch spiele. Äh, ja. Bisschen Nintendo Switch spiele. Let's go. Let's go. Let's go. So, Leute. Ich habe jetzt ein bisschen gezuckt, äh, gezockt. Und es ist jetzt, also, beziehungsweise, wir haben jetzt noch, ich hoffe, ihr seht das. Na, egal. Der fokussiert nicht. Auf jeden Fall haben wir drei Stunden 45 Minuten Zeit. Das heißt, ich habe so 20 Sekunden gespielt, äh, gezockt. Und, äh, ja, Leute. Ich werde jetzt erst mal was essen. Let's go. Moin, Leute. Ich melde mich zurück. Ich habe mich umentschieden. Ich glaube, ich möchte eigentlich doch nichts, ähm, essen. Ich habe eigentlich nicht so viel Hunger wie in diesem Ding. Und, äh, ja, Leute. Ich habe überlegt, ich mache jetzt ein kleines Nickerchen. Und, ja, ich hoffe, dann wird auch die drei Stunden vorbei sein. Weil ich mache meistens so, äh, vier Stunden Nickerchen. Okay, im schlimmsten Fall wird es nur eine Stunde sein. Auf jeden Fall mache ich jetzt ein kleines Nickerchen. Und, ja, Leute. Dann sehen wir uns einfach mal wieder, wenn ich, ja, aufwache. Bis gleich. Ciao. Leute, das Ding, das tue ich da hin. Und du bleibst da auch. Okay? Ja, Leute. Dann würde ich sagen, lege ich mich jetzt schlafen. Gute Nacht. Beziehungsweise guten Mittag. Moin, Leute. Ich bin gerade aufgewacht, weil dieses Ding, ich sage euch, es hat sich wieder bewegt. Und es ist jetzt gerade 16, äh, ich meine, es sind nur noch zwei Stunden und 59 Minuten. Und, ja, Leute. Ich sage euch, dieses Ding hat sich wieder bewegt. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Das ist doch nicht mehr normal. Ich sage es euch, Leute. Das habe ich anders hingelegt. Und es guckt mich an. Ich sage es, wie es ist, Leute. Aber ich lasse mich davon jetzt einfach nicht ablenken. Das kann mich weiter so angucken. Ich, ich habe da einfach jetzt keinen Bock mehr. Und werde jetzt einfach schlafen und dabei mir einen Film angucken. Weil, Leute, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Ich werde jetzt einfach mal einen Film anmachen und dabei ein bisschen einschlafen. Und, ja, mal gucken, was ich angeschlafen habe. Okay, Leute, ich habe mich jetzt für den Film entschieden. Avatar, beziehungsweise, äh, Serie. Den habe ich schon mal geguckt, hier. Ähm, ja, Staffel 3, Folge, weiß ich nicht mehr. Habe ich gerade gesehen, aber egal. Ich werde mir den jetzt einfach mal reinziehen. Bis gleich, Leute. Peace. Peace, Leute. Es hat sich jetzt gar nichts mehr getan. Und das Allerbeste ist, es sind nur noch ein paar Sekunden. Dann sind diese blöden 5 Stunden endlich vorbei. Ich habe eiskalt 3 Stunden geschlafen. Das ist heftig. Und, äh, ja, Leute. Wir zählen jetzt einfach mal die Sekunden runter. Let's go. 5, 4, 3, 2, schneller. 1, 0. Ja, Mann, Leute. Oh, mein Gott, Leute. Wir haben es geschafft. Und endlich ist diese blöde Puppe weg. Und, Leute, die Puppe werde ich jetzt erstmal entsorgen. Und das mit Schmackes. He, he. Okay, Leute, das werde ich jetzt richtig mit Schmackes machen. So, Leute. Wisst ihr, woran ich das tue? He, he. In den Müll. Tschüssi, Kopski. Holy moly. Was war das, Leute? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Vielen Dank.